Ich dachte, da käme noch eine Plattform, wo ich irgendwo hin muss. Aber es gab nur eine, das ist gut. Erstmal wieder speichern. Jetzt muss ich wieder was von meinem Ekelsaft trinken. Das ist nicht schön. Aber cool. Dann können wir jetzt nach unten gehen. Dann können wir jetzt direkt noch den anderen Edelstein holen. Ich kriege halt echt Gänsehaut davon, ey. So. Das hätten wir schon. Dann sind wir jetzt hier. Genau. Da holen wir uns jetzt noch den anderen Edelstein. Wir müssen auf jeden Fall gleich zurücklaufen. Ach, der hat die andere... Ich dachte, der hätte die mit kaputt gemacht, der Arsch. Nun. Reicht das von hier? Okay. Du bist ein Ekelpaket. Du tust dir hier im Kreis rum. Und ich glaube, der hat mich gehabt. Hakt. So. Das lösen wir hier ganz einfach. Ja. Die stehen auch hier ziemlich random rum irgendwie, ne? So. Die haben wir auch noch kaputt. Ich bin mir gerade sehr unsicher, was das hier angeht mit den Nitro-Kisten. Hieraus müsste ich eigentlich genug Abstand haben. Ja. Was ist mit dir da hinten? Oh. Kaputt. Wie die hier einfach random in der Luft hängt, ne? Aber das ist natürlich cool hier. Das gefällt mir sehr gut. Oh, Crash, ey. Pack die Kacke vorher aus. Hier habe ich ein bisschen Angst, dass da irgendwas hinter ist, was mich kaputt macht. Aber nein, das sieht nicht aus. So, ihr da vorne. Okay, beide sind dort. Den T-Küttler natürlich auch noch. Sehr schön. So, hier die beiden Nitros. Wow. Wow. Okay, den hätten wir schon mal. Wo kommen wir jetzt raus? Alter, irgendwo in der fucking Pampa. Ich hätte gerne einen Checkpoint. Da ist einer. Schön. Ja, da müssen wir nicht mehr diesen ollen Weg hier gehen. Also von diesem... ...extra-Level. Na ja, gut. Zum Glück habe ich den... Zum Glück habe ich den Checkpoint geholt. Ich weiß nicht, ob das so klar ist, dass die auch weg sind. So, die machen wir auch weg, weil wir müssen ja nochmal zurück. Deswegen... Oh, Crash, Alter. Ich drücke schon seit fünf Jahren irgendwie die Kiste, die Kiste, die Taste. Seit fünf Jahren die Taste, dass der... ...die Bazooka rausholen soll. Was macht der denn? Scheißdreck macht der. So, nächster Checkpoint. Okay, wir können zurück. Das ist schön. Aber ich glaube, es ist eine andere Plattform. Es muss eine andere Plattform sein. Weil sonst wäre da ja keine. Das war knapp. Ich höre nitros. Der Rest war nicht gleich kaputt. Warum sind da vier... ...vier... ...Dinge gewesen? Heißt das, dass da etwa keine... ...Kisten mehr kommen? Äh. Doch. Ich glaube, das ist der Anfang hier. Nee. Nee, ist nicht der Anfang. Ah, hier kommen jetzt... Hier kommen jetzt die drei Kisten, die irgendwo in der Decke hängen. Hier müsste es jetzt zum Anfang gehen. Ja, gut. Jetzt müssen wir hier nur noch durchkommen, ohne zu sterben. Bis zum nächsten Checkpoint. Hätte ich doch den einen bloß nicht mitgenommen. Ah. Warte noch mal. Man muss hier nicht alles riskieren, ne? Was habe ich gerade gesagt? Was habe ich gerade gesagt? So. Ich kann alles mit der Scheiß-Bazooka abknallen. Alles. Alles. Ich muss nur daran denken, dass ich es kann. Hier habe ich ja eben Platz gemacht schon. Ich habe auch einen Akku. Der mich aber nicht vom... ...unterstürzen... ...ääh... ...verschont. Leider. Du stirbst. Du stirbst. Okay. Keine zweite Plattform. Keine zweite Plattform. So, hier warten wir noch mal ab. Denn da hinten noch mal... ...weil noch ein Checkpoint wäre ganz lieb. Würde ich überaus nice empfinden. Okay. Haben wir alle. Da oben ist auch nichts mehr. So. So. Einfach mal ein bisschen rumdänzen. Das machen wir anders. Weil ich kenne mich. Ich fall da runter. So. 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 Das machen wir auch anders. So. 19 von 19. So. Was fehlt denn jetzt noch? Oh, da ist ein Checkpoint. Okay. So. Komm her, du Lump. Das machen wir so. Sechs Kisten. Wenn ich gerade das richtig gesehen habe. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da oben müsste noch so ein Düppi sein. Ja. Yes. Super. Super. Ich bin begeistert. Abspeichern. Weil das war schon auch wieder ein relativ langes Level. So. 88%. Puh. Äh. Genau. Hier waren wir. Das hätten wir. Und das hätten wir. Das haben wir auch schon. Das haben wir auch schon. Sphinxinator. Ähm. Holen wir erstmal den Edelstein. Okay.